Musik Lange mussten ihre Fans auf diesen heißen Anblick warten, jetzt stellt Hannah Nietzsche, 32, endlich ihren Lieblingsmann vor. Erst vor wenigen Wochen sorgte die überraschende Schwangerschaft der einstigen Germanis Next Topmodel Teilnehmerin für große Überraschung. Wenig später wurde zudem die romantische Verlobung der Beauty bekannt, nur, wer Baby-Daddy und bald Ehemann Chris ist, wusste keiner. Das hat die Brünette jetzt aber geändert, in ihrer Instagram-Story präsentierte Hannah nun ihren Schatz, und er kann sich mit seinem kantigen Gesicht und dunkler Mähne wirklich sehen lassen, Anzeige. Musik